jo leute was geht ich sage euch jetzt wo sich der liberator befindet also wo der spawn das ist genau hier bei der baustelle ein bisschen weiter links bei der baustelle wo man mit dem bmx rumfahren kann auf dieser geilen bahn da ja das genau hier wo ihr gerade auf der karte seht da könnt ihr den ganz einfach schnappen und mit dem spaß haben und rumfahren hey leute was geht hier ist euer rap marek und ich zeige euch wo ihr den roseville herbekommen ganz einfach hier bei diesem hollywood bereich da an dem hauptturm müsst ihr mal gucken spaut auch immer zu einer bestimmten uhrzeit immer so abends baut er meistens und ja holt ihn euch stelle ich euch in die garage das war's von uns haut rein und